Herzlich willkommen auf dem Ralf-Mahr-Magazin. Hier im Wald ist das Tauwetter noch nicht angekommen und ich hoffe, dass das morgen beendet ist. Es soll morgen 10 Grad werden. Das interessiert mich natürlich, aber dann wird das hier eine einzige Schlammschlacht. Unterdessen hat in den frühen Morgenstunden in Brasilien viele Leute interessiert, dass die San Francisco 49ers gegen die Green Bay Packers gewonnen haben. Abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.